Der indische Fürstenstaat Haiderabad mit der gleichnamigen Hauptstadt existierte zwischen 1724 und 1948 56 still. Er lag auf der Hochebene des Dekan etwa zwischen 15 Grad 10 und 20 Grad 40 N, 74 Grad 40 und 81 Grad 35 O. 1941 hatte Haiderabad eine Fläche von 214.187 Quadratkilometer und 16,6 Millionen Einwohner. An Bodenschätzen wurde Kohle, Kalk und etwas Gold gewonnen. Der östliche Teil liegt im Einfluss beider Monsune, sodass die Trockenzeit nur von Dezember bis Mai dauert. Der westliche Teil mit durchschnittlich weniger als 750 mm Regen macht die Landwirtschaft marginal und ist Bei dem durch die ENSO-Oszillation verursachten Ausbleiben der Regenfälle häufig von Hungerkatastrophen betroffen. Besonders arm ist das zur Kolonialzeit stark bewaldete Gebiet von Telangana. Die Bevölkerungszahl betrug 13,375 Millionen. Davon 6,8 Millionen ausgebeutete Bauern oder Landarbeiter. Die 11% Muslime, Nachfahren der Eroberer, bildeten eine abgeschottete Oberklasse. Geschichte, Staat und Verwaltung Verzeichnis der herrschenden Siehe Hauptartikel Haiderabad entstand, als der Mogul-Gouverneur Asaf J.A.H. I., der den Titel Naizem al-Mulk trug, Vizekönig von sechs der Kahn-Provinzen wurde und nach dem Misserfolg seiner Steuer- und Machtpolitik in Delhi abdanken musste. Naizem al-Mulk machte sich 1724 mithilfe der Maradain in Haiderabad selbstständig, wurde vom bedrängten Mogul-Herrscher anerkannt und stellte sie weiterhin einen wichtigen Faktor der indischen Politik dar. Die ersten beiden Naizem herrschten in traditionell feudaler Weise. Sie verbündeten sich erstmals 1766 mit den Briten, 1788 wurden die Zirkas abgetreten. Bis zum Abschluss mehrerer Verträge 1800 bis 1804 war auch der französische Einfluss am Hof stark. Man zwang dem Herrscher jedoch 1808 den Briten-freundlichen Raja Chandul al-Alstivan auf. Der Herrscher wurde mit einer Bestandsgarantie für seinen Staat belohnt, aber noch Asaf J.A.H. III. Widersetzte sich den englischen Versuchen, ihn als zweitklassigen Verbündeten zu behandeln. Jedoch wurde das Land 1809 endgültig Protektorat. Wie in allen Fürstenstaaten hatte der britische Resident als Berater ein Mitspracherecht, das immer mehr ausgebaut wurde. 1822 verzichteten die Briten auf die Zahlung von Tributen, den Anspruch darauf hatten sie vom Peshwa 1818 erworben. Mit der 1853 erfolgten Abtretung der Gebiete von Osman Abad, reicher Doab und Berat, das 1903 endgültig Teil der Central Provinces wurde. Um angebliche Zahlungsrückstände für das Haiderabad-Kontingent auszugleichen, geriet man vollkommen in die Hand der ostindischen Kompanie. Die ebenfalls verpfändeten Juwelen des Naisem wurden nach England verbracht. Der Naisem gab die Ansprüche auf Berani auf und erhielt ab 1933 wieder einen Teil der Steuern und einige Mitspracherechte. Eine Rückgabe des Gebiets, das 1903 in die Central Provinces eingegliedert wurde, verhinderte die mächtigen Manchester Zemba of Commerce, die die Region zur Baumwollmonokultur nutzen wollte. 1860 wurde der von den Briten konfiszierte Fürstenstaat Scholapur teilweise, sowie die Distrikte Reichadoab und Daraseo an den Naisem zurückgegeben. Hungersnöte suchten das Land 1862 und 1866 heim. Eine Staatspost wurde 1862 eingerichtet, sie erzielte 1911 Einnahmen von über 400.000 hr. Den Verkehr mit dem restlichen Indien besorgten 1901 38 GOI-Postämter, die entsprechende Marken verwendeten. Als die Wann Salayanga 1866 darlegen konnte, dass Haidarabad unter den Bedingungen des Vertrages von 1799 Ansprüche auf einen wesentlichen Teil Maisores mit Steuereinnahmen von 4,15 Millionen Hätte, sofern die Briten es annektierten, zog der Secretary of State Lord Cranbourne es vor, den Adoptivsohn von Krishnarya Vudeja, Shamarayendra Vudeja als Maharaja wieder einzusetzen, wobei es half, dass der Knabe als Minderjähriger noch bis 1881 unter britischer Kontrolle stand und auch danach britische Marionette blieb. Nachdem der Aufbau einer geordneten Verwaltung ab 1859 Fortschritte machte, wurden 1868 vier Fachminister für Justiz, Finanzen, Polizei und verschiedenest im Divan zur Seite gestellt. Man versuchte nicht allzu sehr unter die Kontrolle der Briten zu kommen, durch kreative Buchführung rechnete man seine Verpflichtungen klein. Verbotenerweise wurden Waffen hergestellt, beide Sachverhalte kamen bis 1876 auf. Kommunale Selbstverwaltung durch ständische Councils und Local Boards gab es in den einigen Städten seit den 1880ern. Insofern wirtschaftliche Entwicklung stattfand, war sie auf die Hauptstadt und den umliegenden Bezirk beschränkt. Diese Gebiete war als Afrika AS Land das Privateigentum des Neisem. Baumwollverarbeitung konzentrierte sich auf die Region Maratwara. Der einzige weitere größere Industriebetrieb, der vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, war eine Zuckerfabrik. Das Persische als Amtssprache wurde bei Hofe 1884 und in der Verwaltung 1886 durch Urdu ersetzt. Ein Großteil der hinduistischen Bevölkerung sprach jedoch Marazi oder Telugu. Ein Heiderabad-Civil-Service nach Vorbild des ICS wurde 1888 geschaffen. Die muslimische Oberschicht dominierte die Verwaltung, Schlüsselpositionen waren mit Briten besetzt. Nach dem Tode von Salah Jungi nahm der direkte britische Einfluss zu. Zahlreiche höhere Beamte waren deputierte Engländer. Eine erste Abwendung von der absolutistischen Regierungsform kam am 20. Februar 1893 mit der Verkündung des Kanon C.H.A. Mubarak, wodurch dem die Wann einige stellvertretende Minister beigegeben und ein legislative Council geschaffen wurde. Die zunächst sechs Mitglieder des letzteren waren sämtlich ernannte aus dem Kreise der höheren Beamten. Bereits 1894 wurde das Council mit ausschließlich beratender Funktion auf 15 Personen erweitert, davon neun Beamte, je zwei Jagir. Wackiel und ernannte von außerhalb kamen noch zwei Mitglieder, darunter ein Mitglied aus der Finanzwelt, hinzu. Die Mitgliedschaft wurde in den nächsten Jahren mehrfach erweitert, sodass 1913 23 Personen ernannt wurden. Der Staat war von den verheerenden Hungersnöten 1898 und 1900 bis 1902 mit den folgenden Epidemien stark betroffen. Der letzte Nisem Osmani Ali Khan stand demokratischen Ideen ablehnend gegenüber. 1914 übernahm er selbst das Amt des Premiers. Er unterstützte die britische Politik rückhaltlos auch in Fragen des Kielerfahrt und der Montagu-Chemsford-Reform. Das Kabinett wurde durch ein Executive Council mit einem Präsidenten ersetzt, die Reformen nach Rücktritt von Ali Imam nicht fortgeführt. Sämtliche Verordnungen unterlagen weiterhin der Zustimmung des Herrschers, so auch No. 52 von 1921, wodurch jegliche politische Aktivität untersagt wurde. Die Political Reforms Association musste außerhalb des Landes arbeiten. Rede- und Pressefreiheit bestanden nicht. Der Nisem hielt es für unter seiner Würde mit den weniger bedeutenden Fürsten auf derselben Ebene in der Chamber of Princes mitzuwirken. Politische Parteien wurden erstmals 1927 bis 1938 gegründet. Bedeutend waren die Nisems-Abject League, die muslimische Itehadouen-Musalmen sowie der Haiderabad-State-Ableger des Inc. Der seine säkulare konstitutionelle Monarchie forderte, eine erste Satyagraha für wirkliche Religionsfreiheit fand Ende 1938 statt. Eine kommunistische Partei in späteren Zeiten unter der ländlichen Bevölkerung im besonders rückständigen Telangana erfolgreich. Gründete sich 1940 als Nachfolgeorganisation der Andra Mahasapa. In der verarmten Region begann dann wie Nuba Behef seine Bodan-Bewegung. Bemühungen um die Ausweitung demokratischer Rechte durch ein modifiziertes Council blieben. Auch unter dem ansonsten fortschrittlichen Premier Sir Akbar Haidari erfolglos. Der Bericht des Ayanagar-Komitee 1938 schlug vor, künftig 37 Mitglieder zu ernennen und 33 für 5 Jahre wählen zu lassen. Die Sitzverteilung sollte ständig organisiert sein, eine der zu wählenden eine Frau. Ein erneuter Vorstoß 1946 sah ein Council, welches immer noch nur beratende Funktionen hätte haben sollen. 76 nach ständischen und kommunalistischen Prinzipien gewählte unter den 132 Mitgliedern vor als Zensus war eine Steuerzahlung von 100 HRS. Vorgesehen, wodurch etwa 150.000 der Bevölkerung von ca. 16,3 Millionen Stimmen berechtigt gewesen wäre. Nachdem Großbritannien 1947 auf seine Rechte als Paramount Power verzichtete und Indien in die Unabhängigkeit entließ. Wollte der Naisem Haidarabad als unabhängigen Staat erhalten, war aber zu einer Kooperation mit Indien bereit und schloss am 29. November ein Stillhalteabkommen mit Indien für ein Jahr und erklärte sich Zusammenarbeit auf den Gebieten äußeres Verteidigung und Kommunikation bereit. Aber im September besetzte Indien in einer Polizeiaktion das Land, das in Indien eingegliedert wurde und mit Inkrafttreten der neuen indischen Verfassung am 25. Januar 1950 als Bundesstaat der Indischen Union beitrat. Das Staatsgebiet wurde nach britischem Muster 1856 in vier Divisions sowie 17 Distrikte unter jeweils einem Kommissar eingeteilt. Die Distrikte waren weiter in Talukas und Tassils untergliedert. Einzelne Dörfer hatten einen Patel als Vorsteher. Bevölkerung und Steuern, wobei letztere trotz der dezimierten Bevölkerung 1891 bis 1901 stiegen. Orangabad-Division, Bida-Division ab 1905, Meda-Division, Warangal-Division, Gulbaga-Division, Atrafi-Balda-Bezirk, Hauptstadt und Umland. Privateigentum des Naisem Staatsfinanzen zunächst waren, wie überall in den muslimisch-despotisch regierten Ländern des Osten, die Staatsfinanzen gleichbedeutend mit den Bedürfnissen des Hofes und der Truppen. Nominell war der Staat Eigentümer allen Landes. Posten und Ländereien wurden verpachtet oder als Lehn vergeben. Die Gelder wurden vom Divan ausgewählten Bankiers übertragen, die auch die Münzherstellung kontrollierten. Die inhärente Korruption des Systems mit seinen zahlreichen Mittelmännern brachte den Staat an den Rande des Bankrotts. Erst mit dem Amtsantritt von Divan Salajungi wurde ab 1853 mit fiskalischer Buchführung begonnen. 4000 Staatsdiener wurden ebenso wie korrupte Talukdas entlassen. Steuern waren nun in Geld zu zahlen, was wiederum etliche Bauern in Hungerjahren in zusätzliche Schwierigkeiten brachte. Das Athea-Department wurde mit der Klärung von Fragen des Landbesitzes und damit zusammenhängenden Rechten beauftragt. Ein Grundbuchamt wurde jedoch erst 1937 eingerichtet. Auch behielt man das Münzregal als einziger Fürstenstaat mit eigener Währung, der Haiderabad-Rupie, die etwa im Verhältnis 7 für 6 britisch-indische Rupien getauscht wurde, bis 1953. Der Münzgewinn erreichte 1911 300.000 hr. Ein Eichamt wurde 1914 geschaffen. Wie in ganz Indien war die Besteuerung von Land die wichtigste Einnahmequelle. Knapp 60 Prozent des Landes lagen unter Divani, deren Steuer durch Pächter eingetrieben wurde. Ein Drittel des Landes war als Lehn vergeben, wobei davon ein Drittel direkt dem Naisem als größtem Jagierda gehörten. Weitere wichtige Einnahmequellen waren Zölle auf Einfuhren aus Britisch-Indien, Akzisen auf Opiumsalz und Alkohol und Stempelgebühren. Eine weitere Million stammte aus Gebühren für Waldnutzung, Minen und Konzessionsabgaben. Die Zinsen aus dem angelegten Budgetüberschuss betrugen 1911 2,8 Millionen, jedoch waren noch 2,2 Millionen für Altschulden aufzuwenden. Osmani Ali Khan war der reichste Mann der Welt, die Bauern seines Reiches die Ärmsten. Wer in sein Angesicht trat, hatte ein seinem Vermögen entsprechendes Geschenk des Nazarener abzuliefern. Seine Appanage betrug schon vor dem Ersten Weltkrieg 5 Millionen. Für die dauernde Verpachtung des von ihnen seit 50 Jahren verwalteten Bera ab November 1902 zahlten die Briten 2,5 Millionen. Die jedoch bis 1932 mit ihren Ansprüchen verrechnet wurden, erst dann flossen sie in die Staatskasse. Hinweis, alle zahlen in Millionen. Rupien. Einnahmen ohne Kron und Jagiel, Ländereien und Bera. Finanzjahre am 1. April beginnend. Zu beachten ist, dass die Europäer zwischen Ende der 1870 bis 96 gegenüber Gold stark an Wert verlor. So wie kriegsbedingt 1916 minus 21 halbe und ab 1942 starke Inflation herrschte. Unter Salah Jung wurde die Polizei mit einem Superintendenten organisiert, an der Spitze und Inspektoren. Die mit ihren Polizisten einzelne Distrikte, jedoch nicht die Lehn, also 40 Prozent des Landes kontrollierten. Die Stadt Heidererbad unterstand einem eigenen Kommissar, der 1911 440 Offiziere und 3072 Mann unter sich hatte. Für den Rest des Landes stand noch mal etwa die doppelte Zahl von Polizisten zur Verfügung. Folter war bis 1865 üblich. Die Dorfvorsteher konnten geringe Geldstrafen oder Haft von 1 bis 2 Tagen gegenüber der Unterschicht verhängen. Für den Polizeiapparat wurden 1911 3,3 Millionen ausgegeben. Dazu kamen weitere 1,4 Millionen. Für Justiz und Gerichte, wobei die Gefängnisse durch die dort betriebene Zwangsarbeit vielfach Profit abwarfen. Es bestanden 17 derartige Anstalten, davon 5 größere, dazu je eine Besserungsanstalt für Knaben und Gefängnis für lebröse Verbrecher. Die einzige Irrenanstalt des Landes, 1911 mit 284 Insassen, war im Heidererbad Central Jail. Bis in die Zeit von Salah Jungi, war die herrschende Landbesitzende-Oberschicht von den arabischen Eroberern abstammend, vor gerichtlicher Verfolgung dadurch geschützt, dass sie nur vor spezielle Gerichte, die von ihresgleichen besetzt waren, gestellt werden konnten. Die Jagiyas behielten ihre Gerichtshoheit in Lehn bis weit ins 20. Jahrhundert. Privater Waffenbesitz war vor dem Ersten Weltkrieg nicht beschränkt. Bis zur Jahrhundertwende galt es für Europäer als unsicher, sich ohne Leibwächter in der Hauptstadt zu bewegen. Erst zwischen 1899 und 1905 wurden Finanzverwaltung, Post-Glücksspiel, Gerichtsverfassung, Fairverkehr, Maße und Gewichte etc. auf gesetzliche Grundlagen gestellt. Im Rahmen der Justizreformen ab 1870 unter Salah Jung wurde ein Heilkort mit einem Vorsitzenden, der später Ex-Officio-Mitglied des Legislative Councils wurde und vier, später fünf Beisitzern, der über alle zivil- und strafrechtlichen Fragen entscheiden durfte. Für Zivilsachen nach hinduistischem Recht wurde 1860 ein entsprechendes Gericht geschaffen. Der Ruella-Kort griff nach 1856 gegen Kinderhandel und Räuberbanden hart durch. Dem Hai-Kort wurde später noch ein Mufti beigegeben. In der Hauptstadt gab es separate Untergerichte für Straf- und Zivilsachen. Der Daul-Kasar-Kort entschied Fragen des muslimischen Personenstandrechts. Die Verwaltungsbeamten auf Bezirksebene erhielten Rechte als Gerichtsherrn, sie unterstanden den Weisungen und der Kontrolle des Chief Justice. Untergerichte für zivilrechtliche Fragen konnten mit Mundsalfs besetzt werden. Innerhalb ihrer Lehn fungierten auch die Grundherren als Richter, sie urteilten, je nach ihrer Bedeutung. Entsprechend einem englischen Magistrate zweite oder dritte Klasse, der Kort des exterritorialen Residenten urteilte über britische Untertanen. Sämtliche lebenslangen Strafen und Todesurteile durch Köpfen vollstreckt, mussten vom Nisem bestätigt werden. Frauen wurden prinzipiell nicht zum Tode verurteilt. Bildungs- und Gesundheitswesen Das Bildungswesen war, selbst für einen indischen Fürstenstaat, miserabel. Die Ausgaben für das staatliche Schulwesen lagen 1911 bei einem Drittel der Ausgaben für die Polizei. Etwa derselbe Betrag wurde in das Gesundheitswesen gesteckt. Die nach 1857 sehr aktiven Missionen englischer protestantischer Sekten konzentrierten ihre Arbeit hauptsächlich auf die unteren Kasten, für die einige Schulen und Kliniken eingerichtet wurden. Das Schulwesen blieb auch im 20. Jahrhundert vernachlässigt, wodurch das Entstehen einer Mittelschicht verzögert wurde. Die Zahl der Personen, die lesen und schreiben konnten, lag 1900 bei 1,3 Prozent, etwa einem Fünftel des restlichen Indien. Diese Quote steigerte sich bis 1950 auf gut 5 Prozent. Jedoch waren diese Kenntnisse auf in städtischen Gebieten lebende Männer beschränkt. Muslime waren unter den Schülern vierfach überrepräsentiert. Der Anteil von Angehörigen der unteren Kasten, auf dem Lande und von Frauen, die irgendeine Art von Schulbildung genossen, blieb nur geringfügig über Null. 1901 besuchten 13.000 Schüler 21 Kundarschulen. Diese Zahl stieg 1911 auf 16.031 der 58 Mittelschulen waren staatlich. Außer den staatlichen Schulen bestanden einige Bazaar- und Mischensschulen sowie Madressen, die aber nicht über unterstes Grundschulniveau hinausgingen. Die muslimische Oberklasse ließ ihre Kinder durch Privatlehrer unterrichten. Für Mädchen gab es im 20. Jahrhundert auch die Mamhubia Girls School. In den Provinzen gab es nur in den größeren Städten einige wenige Schulen der Sekundarstufe. Kleine Fachschulen für Bauwesen und Medizin wurden in den 1870ern eingerichtet. Die Alisa-Metrisse wurde nach Reorganisation zum Nisem College, das seit 1913 auch als Beamtenfachschule fungierte. Die einzige andere höhere Schule, die von Shadagate, wurde 1880 zum College, beide verbunden mit der Universität Madras, aufgewertet. Es gab eine Lehranstalt zur Ausbildung islamischer Theologen. Die 1917-18. gegründete Osmania-Universität war die erste Hochschule im Lande. Vor dem Ersten Weltkrieg bestanden 92 regierungseigene Polykliniken, nur das Victoria-Tzanana und das Afzal-Gandja-Hospital. Der Hauptstadt verdienten den Namen Krankenhaus, wenn auch die Zustände dort als miserabel beschrieben werden. Auf lokaler Ebene wurden oft Kliniken eingerichtet, die indigene oder ägyptische Heilweisen anboten. Im Lande waren Cholera, Malaria und Pest endemisch. Ein größerer Ausbruch der letzteren erfolgte noch 1931. Obwohl die Epidemien 1902 Drittel und 1912 schlimmer waren, Infrastruktur. Die Nisems Guaranteed State Railway verbannt zwischen Wadi und Bitswada die Hauptstrecken britisch-Indiens und gewann frühzeitig direkten Anschluss an Bombay und Madras. Der Staat birgte für eventuell auftretende Verluste, das Unternehmen erwies sich aber als profitabel. Die Aufnahme der nötigen Anleihen, besonders der von 1876, sorgten für Unmut. Man betrieb zwischen der Hauptstadt und Manmad eine Strecke in Meterspur. Diese Heiderabad-Godawari-Bahn wurde Oktober 1900 eröffnet. Der dadurch leichtere Abtransport vom Baumwolle führte zur Ausweitung des Anbaus und in Folge zur Verteuerung von Getreide und Hülsenfrüchten. Weitere kleinere Stichbahnen entstanden im 20. Jahrhundert. Der Straßenbau wurde vernachlässigt. 1911 gab es für jeweils 41 Quadratkilometer des Landes ein Kilometer Straße. In der Regel unbefestigt gerade breit genug für Ochsengespanne. Die Stadtverwaltungen und Localboards erhielten nur minimale Zuschüsse zum Ausbau von Kanalisationen, Straßen und so weiter auf dem Land wurde. Wenn überhaupt, der Bau von Reservoaren nur durch den Faminerelief bezuschusst. Dabei wurde in Hungerjahren dem Verbleib in den Rest der arbeitsfähigen Bevölkerung gratis eine Essensration, die der Hälfte dessen, was einem Zuchthäusler Zustand gegeben, dafür war schwerste körperliche Arbeit zu leisten. Für das nun bewässerte Land war dann eine mehrfach höhere Steuer fällig. Ein erstes Kraftwerk wurde für die neue Münzanstalt 1903 gebaut. Damit konnten auch die Paläste und bald darauf die Straßen der Hauptstadt elektrisch beleuchtet werden. Die Kohlminen von Singareni bei Jelandu errichteten ihr eigenes Kraftwerk. Telefon wurde erstmals 1884 eingerichtet, 1901 gab es in der Hauptstadt 154 Privatsanschlüsse und 71 Ämtern. Militär Die Armee des Staates um 1801 der schlagkräftigsten Indiens bestand 1893 aus 6.228 berittenen, 24.068 Mann Infanterie und 35 Geschützen. Dazu kam noch die Palastwache, gestellt von einer bestimmten Klasse von Vasallen, den Palga. Die aus drei Familien stammten und lehnen von 11.700 Quadratkilometer mit 1901 74.000 Seelen hielten. Die Zahl wurde bis 1910 auf 46 Offiziere und 3.053 Mann verringert, die Vasallen unterhielten jedoch noch 13.000 Mann irregulärer Truppen. Ernennungen von regulären Offizieren waren dem Naisem zur Bestätigung vorzulegen. Eine spezielle Leibgarde bildeten die African Cavalier Guards, die seit 1858 aus den Reihen der Nachfahren von ehemaligen schwarzafrikanischen Sklaven rekrutiert wurden. Der Waffenkauf durch die Fürsten war seit 1858 von britischer Genehmigung abhängig. Dadurch gelangten nur wenige der im späten 19. Jahrhundert aufkommenden modernen Waffen ins Lande, die Kampfkraft der Truppen sank rapide. Die Aufwendungen sanken von durchschnittlich 700.000 in den 1880ern auf 637.000 hr. 1904. Im Ersten Weltkrieg diente ein großer Teil in der Expeditionary Force, die hauptsächlich in Mesopotamien eingesetzt wurde. Eine der Verpflichtungen, die der Naisem in den Verträgen von 1800, 1804 und 1808 übernommen hatte, war die Stellung Bezwe. Bezahlung der Heiderabad-Subsierie Force Bezwe, dem Heiderabad-Kontingent für die Briten. Zahlungsrückstände nutzten die Kolonialherren sich 1853 zur Sicherung ihrer Ansprüche das Gebiet von Bera anzueignen. Das Kontingent von 7.500 Mann wurde im Rahmen der Umorganisation 1902 in das indische Heer integriert. Das Angebot des Fürsten, als die Angst vor einer russischen Invasion Britisch-Indiens ihren Höhepunkt erreichte, persönlich an der Verteidigung der Grenze im Nordwesten teilzunehmen und 600.000 Pfund zu tragen, gab 1886 den Anstoß zur Schaffung der Imperial Service-Trupps, zu denen auch andere Fürsten Kontingente abstellten. 1913 stellte Heiderabad acht Offiziere und 688 Mann. Sechs Meilen von Heiderabad befand sich auf 50 Quadratkilometer Sekunde Rabat-Kantone-Mont, wo in Friedenszeiten etwa 7.000 Mann des britisch-indischen Heeres stationiert waren.